Ja, wer bist du? Super, Andreas Schwarz, mein Name. Können Sie mal sprechen? Andreas Schwarz, mein Name. Können Sie mal sprechen? Ich spreche doch schon. Ja, super. Ich habe bemerkt, dass Sie früher daran interessiert waren, zusätzliches Einkommen zu erhalten. Stimmt's? Aha, wir werden mehr Schweinkenfarm aufmachen. Jetzt viele Geld bekommen. Möchtest du kaufen? Das ist kein Werkbund. Verstehen Sie? Es geht um einen automatischen Online-Handel. Bist du Roboter? Bestimmte Interesse. Wie bitte? Bist du Roboter? Nein, kein Roboter. Warum, fragen Sie? Du redest wie ein Roboter. Vielleicht hast du Windows 7, right? Nein, nein. Ich habe so viel zu tun. Ich wiederhole diese Rorte von jedem Tag. Aber warum du bei Feiertag anrufen? Das ist für uns kein Feiertag. Ja, aber für alle Menschen bei Deutschen. Wenn es hört Ihnen, dann kann ich Ihnen einige Tage wieder anrufen. Nee, ich nur fragen. Ich nur fragen, Baratan. Ich nur fragen. Okay, dann vielleicht nach dem Fest kann ich wieder anrufen. Nee, wir können jetzt reden. Weil ich muss auch gleich zu arbeiten. Ich muss auch arbeiten, okay? Okay. Dann ich versuche nicht zu stören. Ich brauche nur eine Minute. Eine Minute? Ich werde für Sie zwei maximal. Na gut. Dabei. Es geht? Ja, okay. Dankeschön. Ich werde Ihnen nicht mehr sprechen, dass Sie Millionen verdienen werden. Melonen? Nee, nee, nee. Wir werden keine Melonen essen. Nein, nein, nein. Keine Melonen. Brauchen wir nicht. Keine Melonen sind sehr nah bei meinen Herzen. Wir werden die nicht essen. Ja, okay. Aber im Durchschnitt verdienen unsere Kunden zwischen 1.000 und 3.000 Euro pro Monat. Warum denn? Ist es interessant? Es handelt sich um ein passives Einkommen. Oh. Sie müssen nicht jeden Tag acht Stunden zu arbeiten. Okay. Nur maximal zehn Minuten pro Tag. Zweimal pro Woche. Und was muss ich da machen? Muss ich Pedale treten wie bei Farah Dopp oder was machen? Nein, nein, nein. Das ist komisch. Ich verstehe, aber alles möglich. Das ist eine ganz moderne Frage. Und das ist sehr interessant. Ich empfehle meinen Freunden. Und ich bin auch tätig. Und das ist günstig. Und Sie können mich fragen, warum ich spreche mit Ihnen über diese interessanten Dinge. Aber verstehen Sie, je mehr verdienen Sie, desto mehr... Ja? Wovon du redest? Du machte keinen Sinn. Okay. Okay. Dann lassen Sie mir Ihnen alles erklären, wie das funktioniert und wie Sie eigentlich Geld verdienen können. Okay? Okay. Du mir sagen. Sehen Sie bitte, sehen Sie bitte. Zuerst einmal werden Sie ein eigenes Handelskonto haben. Sie sind der Einzige, der Zugang dazu hat und von diesem Konto aus handeln kann. Nach der Aktivierung wird sich ein Finanz, unseren Finanzexpert, mit Ihnen in Verbindung setzen. Sie können mal fragen, wer ist Finanzexpert? Wer ist denn? Eine Person. What? Wie bitte? Finanzexpert. Wie ist sein Name? Ist es Ahmed oder Mohammed? Mohammed Schmidt oder Adolf Haust, right? Meine Nummer? Nein, 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 nein. Von einem Kollegen bei Popoloch drinnen. Ah, Sie fragen meinen Kollegen? Right, right. Okay. Läuft bei dir Pokémon-Musik? Ich will das Allerbeste sein an jedem Feiertag. Ist Pokémon? Dann was? Feiern wir oder arbeiten wir ein bisschen? Machst du Pokémon-Musik? Können wir zusammen singen? Warum nicht? Okay. Das ist eine schöne Gruppe. Sie hören unsere Musik? Welche Musik magst du gerne hören? Ich mache etwas Schwedische. Schwedische Musik? Wie aber. Sabaton, right. Was mögen Sie? Sabaton. Können wir zusammen singen? Ich kann nicht. Ich habe nicht so gute Stimme. Ich spiele Klavier. Du spielst Klavier? Oh, vielleicht kannst du für meine Sohn den russischen Hymn spielen, right? Ja. Was, 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 was russische, was meinen Sie? Hymno national. Hymno national? Aha. Von Russki. Von deiner Russki, ja. Ihr Sohn? Nein, nein, du. Du spielen, du jetzt singen für meine Sohn. Dabei. Nein, nein, nein. Dabei. Ich kann nicht. Ich spreche nicht russisch. Nein? In welchem Land du kommst? Nein. Ich bin aus Dänemark. Aus Dänemark? Meine Eltern sind Deutsche, aber ich bin in Dänemark geboren, ja. All right. Aber du, du kannst du Dänisch reden, right? Ja. Nee, Schweden ein bisschen, ja. Schweden auch ein bisschen? In die Kinderheit. In die Kinderheit. Du hast gesagt, du brauchst nur zwei Minuten, wir jetzt schon fünf Minuten reden. Ich muss zu arbeiten. Behalte dich. Do you speak the English, right? Ein bisschen spreche ich auch, ja. But English is like second language in Dänemark, right? Why don't you speak it properly? Ich spreche auch. So do it. We will do this in English now. Wollen Sie etwas wissen über Handels? I want to know how big is it. Wie lange ist dein Ding Dong, sagen wir? Wie bitte? Wie lange ist dein Ding Dong? Ding Dong? Dein Ding Dong, wie lange ist der, wenn er hart ist? Fünf Minuten. Fünf Minuten ist ja nur hart. Oh mein Gott. Dann tut mir sehr leid für dir. Das hatten wir doch neulich schon, das Thema. Möchtest du vielleicht meinen Tochter kennenlernen? Wirklich? Ja, right. Darf ich mal fragen. Fragen Sie nicht, wie alt bin ich? Ja, egal. Du bist... Du hast kleine Dinge. Ding Dong, hast kannst du nur fünf Minuten, weil sie ist eine sehr kleine Frau, die dann kaputt gehen sonst. Okay, von daher ist das sehr gut. Sie sind so sympathisch, Mann. Du auch, du auch. Meine Schwiegersohn, right? Okay, entschuldigen Sie bitte. Sagen Sie mir bitte, antworten Sie bitte nur auf eine Frage. Interessieren Sie sich für Onlinehandel? Und wenn nicht, dann sprechen wir weiter. Keine Ahnung, nein, Bratain. Nein. Nein? Nein. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Sagen Sie bitte... Haben Sie schon am Morgen etwas getrunken oder noch nicht? Indische Raki trinken. Den ganzen Tag Indische Raki trinken. Schiraki? Ja. Das ist gut. Also möchtest du meine Tochter Ganesha Kennenlernung machen? Kennenlern? Aha. Wie heißt sie? Ganesha? Wie heißt sie? Hanesha? Ganesha, right. Es ist sie. Wo ist deine Firma? Bist du bei Österreich drinnen? Nein. Warum Österreich? Weil letztes Mal hast du Österreich gesagt. Nein, Frankfurt am Main. Oh, sehr gut. Können wir morgen machen? Morgen? Aha. Wir bei Dortmund wohnen. Okay. Dann was gucken wir morgen? Mein Doktor, okay. Mit ihr Doktor? Aha. Können wir Kinderlei Döner machen mit drei Leuten. Mhm. Okay. Sie können vielleicht nicht über Onlinehandel mal sprechen heute. Können wir machen. Kein Problem. Kein Problem? Darf ich eine kleine Information für Sie per WhatsApp schicken? Nein, du mir sagen. Ich will mit Menschen reden. Ich will nicht lesen, ich will mit Menschen reden. Okay? Okay. Das ist ganz besser für Sie, ja? Das ist besser für die indische Mafia, okay? Für welche? Indische Mafia. Indien Mafia. Weiß ich nicht über... Ich weiß nichts über die indische Mafia. Entschuldigung. Über indische Zugvögel? Wenn Sie wollen, Sie können mir erzählen. Ja. Leute, wir Beine brechen machen, Arme brechen machen und dann dich bei Strand hinsetzen. Und du darfst dir sieben Gegenstände aussuchen und musst du sieben Tage überleben, okay? Und wenn du es schaffen, dann bist du frei. Okay. Also welche Gegenstände möchtest du haben? Weiß ich noch nicht. Muss ich wirklich überlegen. Oh mein Gott. Warum denn? Wird ihr doch einfache Fragen? Doch. Wie doch? Und du hast keinen Sinn, Madariakar. Weiß ich nicht. Aber... Muss ich... Für ihre Tochter, für ihr Handeln, für unsere Lied zusammen zu singen. Ich weiß nicht. Ja, wir viel Zeit brauchen. Viel Zeit brauchen. Ich brauchte nur zwei Minuten, aber wir sprechen schon zehn Minuten. Dann sag mir, wie viel kann man bei dir verdienen, Madariakar? Wie viel... was? Wie viel Geld kann man bei deiner verdienen, Madariakar? Das ist ganz einfach. Ja? Ich kann nicht... Ja, ganz einfach. Erster Monat ein oder zwei hundert, ja. Aber zweiter, dritter Monat ist es möglich, zwei, drei tausend Euro zu verdienen. Aber wie viel muss man bezahlen bei deiner Firma, Bencher? Sie müssen nichts. Ach so. Ihr Geld ist nur Ihr Geld, ja. Und Sie besuchen Handelsplattform und dorthin lassen Sie eine Mindestsumme 250 Euro. Das ist Ihre Entscheidung. Das ist Ihre Entscheidung. Und mit 250 Euro im zweiten Monat tausend Euro, ein paar Mann. Sie haben vielleicht eine Erfahrung im Handelsmarkt, ja. Ah, ah. Sie haben recht. Sie können nicht zwei, drei hundert verdienen im ersten Monat. Und ein... Es ist so typisch 30 Prozent von Ihren Investitionssumme. Das ist ganz typisch. Mit Hilfe von unserem Finanzexperten alles möglich. Wenn Sie wollen, Sie können mehr als 250. Das ist minimale Suche. Okay. Das klingt gut. Wir machen... Wir machen... Kann du mir Bankaccount schicken? Das ist kein Bankaccount. Ich schicke Ihnen Zugangsdaten für unsere Handelsplattform. Sie können mal selber versuchen, diese Plattform zu besuchen. Ah, ah. Und ich helfe bei diesem Prozess und ich erzähle Ihnen alles, wie es funktioniert, was können Sie mal sehen und so weiter und so fort. Gucken wir. Sir, ich dir sagen, wie es funktioniert. Du bei meinem E-Mail Bankaccount schicken und dann können wir den machen. Okay. Ist das verstanden? Hallo. Vielleicht habe ich nicht richtig verstanden. Ich brauche keine Bankdaten. Das ist Zugangsdaten für unsere Plattform. Wenn du mir Bankdaten von deiner Firma schicken, dann kann ich Überweisung machen. Und dann können wir Handel machen. Bankschut. Meine Firma braucht nichts. Verstehen Sie? Also willst du kein Geld von mir haben? Das ist für unsere gute Chance. Ich will mit Ihnen eine kleine Zusammenarbeit zu beginnen. Verstehen Sie? Ja, du musst mir Bankdaten geben. Da kann ich Überweisung zu deiner Firma machen. Bankschut. Meine Firma braucht nichts. Ich möchte mit Ihnen... Aber wie soll ich bezahlen? Wie soll ich dir Geld geben? Sag mir. Wie du machen? Nicht für mich. Das Geld für Sie. Das Geld nicht für mich, nicht für meine Firma. Verstehen Sie? Aber ich muss dir Geld geben, damit du Investierungen machen. Oder nicht? Das ist eine Investition für Sie. Ja. Wie investieren Sie das Geld? Gib mir Bankdaten für Investment machen. Ist das so schwierig oder was? Du mir Bankdaten geben. Nein, nein, nein. Das ist nicht schwierig. Ich helfe bei diesem Prozess. Idina. Versuchen Sie bitte unsere Handelsplattform zu besuchen. Darf ich mal schreiben? Idina. Eine kurze Meldung per WhatsApp. Nein, super belehrt. Warum nicht? Du machst mich wütend. Ich will nur sprechen. Ich will Bankdaten haben für Überweisung und für Meldung an Bafin. Also rück jetzt raus. Weil ich muss am scheiß Ostermontag im Gegensatz zu dir wirklich arbeiten. Und ich muss gleich los. Menschen helfen. Solltest du vielleicht auch mal probieren. Sie wollen mir helfen. Nein, dir will ich gar nicht helfen. Du sollst mir deine Bankdaten geben. Verstehen Sie. Daininja Iban Pajaluzder. Suka belehrt pideras. Warum sagen Sie etwas Schlechtes? Ich verstehe nichts. Du verstehst überhaupt nichts. Aber warum fragen Sie, ob unsere Bankdaten sind? Damit ich Überweisung machen kann, du Kratin. Verstehst du es ja auf Französisch. Darf ich per WhatsApp schicken? Das ist eine Festnetznummer. Das ist eine Festnetznummer. Das ist eine Festnetznummer. Da kannst du nichts per WhatsApp schicken. Willst du mein Geld oder willst du das nicht haben? Dann idinachui. Ich brauche ihr Geld. Ja, dann verpiss dich. Sie bitte. Ha? Hast du mich schon verstanden? Idinachui. Suka belehrt. Ja. Arschloch. Ich habe das nicht verstanden. Du verstehst alles. Wie geht es Putin, du Drecksau, du hässliche? Idiot. Idinachui. Du bist ein dummer Mensch.